so wo bin ich nicht ja gut also kantine läuft was denn das hier ach so stimmt ich habe die visitation also den besucherraum jetzt hier gemacht die holding cell wird jetzt hier entstehen arzt und sowas kann ich noch nicht freischalten und ja hier sieht schon den ersten zellentrakt aber doch ich denke mal dass wenn wir bis morgen früh hin kommen und ich denke ich nehme mal normal risk peter maffer ist ja so und da kann ich auch gleich schon mal zwei guards einstellen so den kunabke müssen wir einstellen und zwei köche so warum ist denn hier noch kein strom also wird noch gebaut alles klar und ihr seht schon ich habe erst mal richtig die küche hier zugepackt damit ich später keine sorgen habe mit essen und so weiter muss ich halt nur noch neue köche anheuern so und jetzt bevor die gefangenen kommen die kommen in 11 stunden muss ich die holding cell jetzt schnell mal bauen hier und der zellentrakt damit dann alles bereit ist so gucken wir uns die ganze müllhaltige mal an sowas muss ich jetzt noch machen also ich habe erstmal hier mal ein bisschen in entwicklung alles gesetzt deswegen ist meine bank zahl auch nicht die beste und ich glaube ich kann nichts mehr bauen und ich werde das ganze mal hier beschleunigen weil da die müssen noch rohre verlegen hoppla was heißt denn das unlimited funds heißt dass ich kann funds sind doch schulden oder das wäre geil okay dann okay das ist total überlastet wenn ich unendlich schulden haben kann dann kann ich auch unendlich bauen theoretisch weil die schulden ist ja scheißegal okay na dann alter geil gut haben wir wieder was dazugelernt so hier oben kommt die dusche hin aber ich warte erst mal bis die alles andere hier gemacht haben weil ja sonst wird es viel zu viel hier muss ich noch aus der dusche und klo im gleichen wasseranschluss mann macht das spaß da zu duschen so und die gefangenen kommen in drei stunden dreieinhalb und da scheiße baut endlich mal hier den strom so ich habe mir immer holz und storage hier die holding cell muss noch gebaut werden die ganz normalen zellen aber ich habe noch zu tun in der art warum secure behind ach so wo ist nie offen naja hier allgemein ist ja offen ja okay also ich denke mal die menschen werden erst mal die holding cell rein müssen und da eine weite bleiben aber wenigsten ist die kann okay die kochen auch nicht oh je das wird ja lustig werden die erste zeit hier mit den gefangenen sondern gucken wir uns mal wenn die gefangenen hier kommen so also beheben war mal die kleinen macken hier hier zum beispiel was denn hier los da baut doch endlich mal kinder so habt ihr jetzt hier ne immer noch nicht fuck alter ich brauche strom so kann ich die verkaufen ich bringe mir das 150 okay davon wäre ich auch nicht recht so also okay der ist erst mal hinter verschlossenen türen das schon mal gut so dann kann ich hier eine large jail door einbauen hier ne da muss bricks hin so die kommen gleich 15 minuten noch alles klar kann ich jetzt mal strom hier machen so switch on an an da kommen die nächsten noch kacke immer noch zu wenig jawohl jetzt geht's alles klar gut und da kommen unsere ersten gefangenen die nächsten kommen in 24 stunden alles klar ich denke das kriegen wir dann hin so wir haben zwei guards sollte erst mal reichen und die holding cell ist auch fertig haben sie eine dusche die kann auch nicht pennen ich glaube das wird so das größte problem ist egal können wir noch menschen hier anheuern genau den chief können wir anheuern so und den psychologen möchte ich hier einsetzen jetzt hat er sich da unten genommen und zum schluss fehlt noch alter okay die ist nämlich ziemlich wichtig so gut die ersten werden schon in die holding serien eingebracht und ich denke mal hupsi ich denke mal ich kann mir noch ein gard leisten so und in der sauber macht so und als nächstes werden wir muss ich die zellen dann ausbauen was machen meine ganzen arbeiter eigentlich gar nichts na sehr schön ihr solltet auch deine tür einbauen ach so kommt ja schon alles klar so die tür kann ich offen lassen open so die tür nee die ist zu und ich hätte gerne hier vorne noch es darf so wunderbar hier können sie nicht entfliehen so ein paar sicherungsmaßnahmen hier gucken wir mal zu wir haben natürlich dabei wieder mal eine cola geht sogar in die richtige richtung auf hallelujah so und ich werde jetzt mal die zellen hier ausbauen und die dusche und haben wir schon ärzte ne doktor noch nicht na gut wir sehen uns dann wieder wenn ich fertig bin damit